Die echten, Österreichs bekannteste Vocal Comedy Formation mit Vorliebe für gesungenen Humor und internationale Hits aus Rock und Pop kehrt mit ihrem allerneuesten Programm zurück. Der Titel ist die wohl kürzestmögliche Auf-den-Punkt-Bringung aller lebenslustigen und musikalischen Themen, die die Stimmband an einem Abend auf die Bühne schmettern kann. Daher tauften die vier Vokalakrobaten Christine Kisiljewski, Stefan Gleixner, Alex Warta und Andi Wörz das Ganze einfach Dingsda. Die Premiere dieses stimmgewaltigen Musikkabarets fand am 13. November 2024 in der traditionsreichen Wiener Kabarett und Kleinkunstbühne Wien-Dobonner statt. Musikkabarets 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 Kräftiger Jubel und Applaus sind auch für die kommenden Auftrittstermine zu erwarten, die allesamt auf www.dieechten.com zu finden sind. Untertitelung des ZDF, 2020